Andrea Berg ist eine deutsche Sängerin, Songrättrin und Fernsehmoderatorin, die im Bereich der deutschen Schlager Musik große Erfolge erzielt hat. Sie wurde am 28. Januar 1966 als Andrea Zellen in Krefeld, Westdeutschland, geboren und nahm ihren Künstlernamen nach dem Mädchennamen ihrer Großmutter, Berg, an. Ihre fesselnde Stimme, ihre charismatische Bühnenpräsenz und ihre emotionalen Auftritte haben sie zu einer der beliebtesten und beständigsten Persönlichkeiten der deutschen Musikindustrie gemacht. Andrea Bergs Kindheit und frühes Leben waren von einer Leidenschaft für Musik geprägt. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie, begann sie schon in jungen Jahren zu singen und Klavier zu spielen. Ihr Talent und ihre Liebe zur Musik wurden deutlich, als sie an lokalen Talentschows und Schuleführungen teilnahm. Ihr Weg zum Erfolg verlief jedoch nicht immer reibungslos. Mit Anfang 20 stand Andrea Berg vor persönlichen und beruflichen Herausforderungen. Sie hatte Mühe, in der Musikindustrie Fuß zu fassen und wurde von den Plattenfirmen abgelehnt. Trotz dieser Rückschläge ließen ihre Entschlossenheit und ihre Widerstandsfähigkeit nie nach. Sie trat weiterhin an kleinen Veranstaltungsarten auf, verfeinerte ihr Handwerk und baute eine teue Fangemünde auf. Der Durchbruch gelang Andrea Berg 1992 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums »Du bist frei«. Das Album fand großen Anklang bei der Kritik und erzielte kommerziellen Erfolg, was den Beginn einer bemerkenswerten Karriere markierte. Bergs einzigartige Mischung aus Pop und Schlagermusik, gepaart mit ihren herzlichen und nachvollziehbaren Texten, fand beim Publikum in ganz Deutschland und darüber hinaus großen Anklang. Im Laufe der Jahre hat Andrea Berg zahlreiche erfolgreiche Alben veröffentlicht, darunter »Gefühle«, »Wo liegt das Paradies«, »Schwere los« und viele mehr. Ihre Alben erreichten durchweg hohe Chartplatzierungen und erhielten mehrere Platinauszeichnungen, was ihren Status als eine der meistverköpften Künstlerinnen Deutschlands festigte. Hinter ihrem beruflichen Erfolg steht, dass Andrea Berg ihr Privatleben relativ privat hält. Es ist jedoch bekannt, dass sie bereits von 1992 bis 2002 mit Olaf Henning, einem Musikerkollegen, verheiratet war. Das Paar hat einen Sohn namens Andreas, geboren 1998. Nach der Scheidung ging Andrea Berg eine Beziehung mit ihr, Ulrich Ferber, ein Manager. Sie sind seit über zwei Jahrzehnten zusammen und Ferber hat ihre Karriere maßgeblich geprägt. Trotz ihres Ruhms und Reichtums bleibt Andrea Berg bodenständig und dankbar gegenüber ihren Fans. Sie hat eine warme und zugängliche Persönlichkeit, die sie bei Millionen von Menschen beliebt gemacht hat. Ihre Live-Auftritte sind legendär, auf ihren Konzertternien hat sie ausverkäufte Stadien und Arenen absolviert und das Publikum mit ihrer kraftvollen Stimme und energiegeladenen Bühnenpräsenz in ihren Bann gezogen. Einer der bemerkenswertesten Aspekte von Andrea Berg's Karriere ist ihre Fähigkeit, sich neu zu erfinden und gleichzeitig ihren musikalischen Wurzeln treu zu bleiben. Sie hat mit verschiedenen Musikstilen experimentiert und dabei Elemente aus Rock, Pop und Tanz in ihren Schlager sind integriert. Diese Vielsittigkeit hat es ihr ermöglicht, ein breites Publikum anzusprechen und Fans jeden Alters anzulocken. Neben ihrer Musikkarriere hat Andrea Berg auch den Schritt ins Fernsehen gewagt. Sie modellierte ihre eigenen TV-Spezials und trat als Gast in verschiedenen Shows auf. Ihre fesselnde Persönlichkeit und ihr natürlicher Charme haben sie auch auf der Leinwand zu einer beliebten Figur gemacht. Andrea Berg's Beiträge zur deutschen Musik wurden mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen gewürdigt. Sie hat renommierte Auszeichnungen wie den Echo, die Goldene Stimmgabel und den Bambi gewonnen. Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für ihre anhaltende Popularität und den Einfluss, den sie auf die deutsche Musikszene hatte. Das Leben und die Karriere von Andrea Berg zeugen vor der Kraft der Beharrlichkeit und Leidenschaft. Von ihren bescheidenen Anfängen bis zur Musikikone hat sie Hindernisse überwunden und mit ihrer Musik die Herzen von Millionen Menschen berührt. Mit ihrer gefühlvollen Stimme, ihrem lyrischen Können und ihrer echten Verbindung zu ihren Fans hat sich Andrea Berg einen einzigartigen Platz in der Welt der deutschen Musik geschaffen. Obwohl Andrea Berg's beruflicher Erfolg bekannt ist, gibt es auch faszinierende Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit, die ihrer Geschichte Tiefe verleihen. Einer der weniger bekannten Aspekte sind ihre frühen Kämpfe mit Selbstwürfen und Unsicherheit. Trotz ihres unbestreitbaren Talents kämpfte sie mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, und wurde von Branchenkennern abgelehnt. Diese Herausforderungen stellten ihre Widerstandsfähigkeit auf die Probe und zwangen sie, tief in sich selbst zu graben, um die Kraft zu finden, ihre Träume weiter zu verfolgen. Ein weiteres Geheimnis aus Andrea Berg's Vergangenheit ist ihr unerschütterlicher Einsatz für ihr Handwerk. Hinter den Kulissen hat sie unzählige Stunden investiert, um ihre Auftritte zu perfektionieren, ihre stimmlichen Fähigkeiten zu verfeinern und sich als Künstlerin weiterzuentwickeln. Diese Hingabe zeigt sich in ihren Live-Shows, in denen sie emotional aufgeladene Auftritte liefert, die das Publikum in ihrem Band ziehen. Ihre Liebe zum Detail und ihr unerschütterliches Engagement für Spitzenleistungen haben maßgeblich zu ihrem dauerhaften Erfolg beigetragen. Neben ihrer musikalischen Reise hat Andrea Berg auch persönliche Herausforderungen hinter sich, Irrungen und Wirrungen. Wie jeder andere hat sie Herzschmerz, Verlust und Momente des Zweifels erlebt. Diese Erfahrungen haben sie als Person geprägt und ihr Song-Reading beeinflusst und ihre Musik Tiefe und Authentizität verliehen. Obwohl sie ihre Privatsphäre schätzt, ist es diese Mischung aus Verletzlichkeit und Stärke, die bei ihren Fans Anklang gefunden hat und ihre Musik sympathisch und herzlich macht. Über ihre öffentliche Rolle hinaus ist Andrea Berg für ihre philanthropischen Bemühungen bekannt. Sie engagiert sich in verschiedenen Wohltätigkeitsinitiativen und unterstützt Anliegen, die ihr am Herzen liegen. Ob es darum geht, bedürftigen Kindern zu helfen, die Krebsforschung zu unterstützen oder das Bewusstsein für soziale Themen zu schärfen, sie hat ihre Plattform und ihren Einfluss genutzt, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Im Laufe ihrer Karriere hat Andrea Berg immer wieder Grenzen überschritten und die Normen der Musikindustrie herausgefordert. Sie hat Veränderungen angenommen, mit verschiedenen Genres experimentiert und mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet. Diese Bereitschaft, ihre Komfortzone zu verlassen, hat es ihr ermöglicht, sich als Künstlerin weiterzuentwickeln und in einer sich ständig verändernden Musiklandschaft relevant zu bleiben. Mit Blick auf die Zukunft wird Andrea Berg das Publikum weiterhin mit ihrer Musik inspirieren und fesseln. Ihre Leidenschaft für ihr Handwerk ist umgebrochen und sie zeigt keine Anzeichen einer Entschleunigung. Mit jedem neuen Album und jeder neuen Tour erweitert sie weiterhin ihre kreativen Grenzen und verbindet sich intensiv mit ihren Fans. Andrea Berg's Leben und geheime Vergangenheit zeugen von ihrer bemerkenswerten Reise als Sängerin, Songröterin und Entertainerin. Von ihren bescheidenen Anfängen und frühen Kämpfen bis hin zu ihrem Aufstieg zu Ruhm und anhaltendem Erfolg ist sie sich selbst und ihrer Musik treu geblieben. Mit ihrer kraftvollen Stimme, ihren gefühlvollen Texten und ihrer magnetischen Bühnenpräsenz hat Andrea Berg einen unauslöschlichen Eindruck in der deutschen Musikindustrie hinterlassen und ihr Vermächtnis wird auch künftige Generationen inspirieren.